Ja, aus aktuellen Anlassen? Ne, würde ich sagen, ne, habe ich nicht. Das gleiche Thema. Außer jemand ist gestorben heute, dann vielleicht. Oh Gott, wir sind neugierig. Damit erstmal herzlich willkommen, unsere Zuhörer, zu einer Folge für Nüsse. Folge, ich möchte sagen, 26. 26 auch. Herzlich willkommen von meiner Seite. Uh, Nüsse. Genau, wir sind wieder zurück im alten Format, in halber doppelter Länge. Lustig. Ich habe mich die ganze Zeit doppelt. Ist egal. Machen Sie bitte zu Hause Ihr Radio leiser. Ich höre mich doppelt. Das ist übrigens der Dirk mit seiner klassischen Eröffnungsnummer. Ich höre nichts, Kopfhörer. Ah, ich, ne, Moment. Da war ich. Ja, ah, ja, okay. Und ich bin der Klaus und wir haben einen Podcast, der heißt für Nüsse. Den hört ihr gerade. Klaus heißt gesoffen. Genau. Und wir haben, wir haben, diese Folge haben wir jetzt mal ein bisschen früher aufgenommen, im Vergleich zum Ausstrahlungstermin. Bitte. Morgen fängt die WM an. Dirk, was ist dein Tipp, wie weit die deutsche Nationalmannschaft kommt? Also, du klingst nicht so zuversichtlich. Mir fehlt der an die Breme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube ja, also, wenn sie die Vorrunde überstehen, werden sie Weltmeister. Und das sollte möglich sein. Das wäre ja das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft in der Vorrunde ausscheidet. Ja, nicht nur in der Vorrunde, auch im Achtelfinale ist ja auch noch nie eine deutsche Mannschaft ausgeschrieben. Das ist ja albern. Genau. Deswegen eigentlich muss man ab dem Viertelfinale planen. Ja. Ich glaube, da wäre Frankreich, Argentinien oder so, das wären da mögliche Gegner. Ja, ja, ja. Also, man sollte mit Weitblick in die WM gehen. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich denke mal, sowas wie, weiß ich nicht, Schweden, Island, Kroatien, die sind alle schon vorher raus. Die schaffen die Vorrunde nicht. Ich, auch, mein Tipp, also wirklich, also Kroatien, glaube ich, die werden richtig schwach. Die werden richtig überschätzt vor der WM. Ich glaube, Uruguay verliert in der Gruppe A. Und England sehe ich auch noch nicht, dass sie die Vorrunde überleben. Aber die haben... Harry Kane! Ja, gut, so ein Ryan Gosling im Sturm, aber... Und der führt gerade die Torschützenliste an, mit fünf oder was? Bald, er führt bald die Torschützenliste an. Hast du das Sofa verschoben? Was? Mach ich da mal. Achso. Oh, hier. Ja, naja, also, Aufzeichnungstermin ist Deutschland gerade gestern ausgeschieden, wie ihr vielleicht an unserem Comedy Gold eben gehört habt. Und deswegen, Deutschland hat ja 82 Millionen Bundestrainer. Ist ja mal eine beliebte Methode. Und jetzt meine Folge, meine Frage entführt uns in das fiktive Szenario. Was würde denn das Trainer-Duo Dirk und Klaus machen, um die DFB11 zurück auf Linie zu holen? Also, wir müssen nicht unbedingt realistisch bleiben, deswegen eröffne ich mal mit einem meinem Lieblingsding, was ich mir heute überlegt habe. Den Penis. Genau. Die AfD hat ja viel rumkritisiert. Es gab auch diesen widerlichen Kommentar von Alice Weidel, wo sie AfD wirkt geschrieben hat, über einen Artikel vom Kicker, wo stand, dass Ösels im ersten Mal seit XY Jahren nicht in der Startelf ist. So, und wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich vor so einem richtig unangenehmen Länderspiel elf Leute von der AfD in die Nationalmannschaft einberufen. Die einfach nur 90 Minuten gedemütigt und zusammengetreten werden. Also, so fiktiv gehen wir die Sache an? Ja, naja, wenn wir absolute Macht haben, sollten wir die auch absolut missbrauchen. Oh, ja, 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 oh, ja, ja, also es ist ja irgendwie kein Geheimnis, dass da jetzt nicht wirklich so ein Teamgeist vorherrschte. Weil die halt alle so eine super bezahlten Egos sind. Und, also da brauchte man echt gar kein, glaube ich, Fußballverständnis für haben, auch wenn dann halt Kahn und Welke genau das Gleiche gesagt haben. Aber, ja, also ich würde dann irgendwie erstmal diese, wie kriegst du die in ein Team? Also die brauchen halt, vielleicht müssen die so eine Bear Grylls-Team-Maßnahmen machen und erstmal, keine Ahnung, in den Wälder von Nicaragua ausgesetzt werden und müssen da Würmer essen oder so. Dann wird wahrscheinlich Boateng sagen, ne, esse ich nicht. Finde ich einfach eklig. Und Kimmich sagt, ich weiß nicht, ein Wurm. Und Werner sagt, oh, ich war gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Auch irgendeine Stimmen hast du echt gut drauf. Ja, die euch, die euch, kannst du nach Zeit gehabt, Leute. Ne, aber ich, ja, du musst halt, ich glaube, das, was, ich glaube, dass hat Löw nicht, ob der es nicht gesehen hat. Also ich meine, die, die machen ja beim Training ja nicht nur, keine Ahnung, irgendwelche Pässe und Liegestütze und Ausdauerdinger, sondern die werden ja wahrscheinlich auch mal so eine, so eine Spielmomente haben, wo dann auch Löw dann bestimmt, beziehungsweise gibt es ja auch einen diversen Co-Trainer. Ich weiß nicht, wie viele gibt es? Zwei, drei? Na, es gibt einen offiziellen Co-Trainer und dann gibt es halt noch einen Ausdauertrainer, einen Krafttrainer. Echt? Okay. Ja, also es gibt dann verschiedene Spartentrainer, aber eigentlich also einen Co-Trainer, der so ein bisschen... Also da gibt es noch einen, der Löw was zu sagen hat. Genau, der hält ihm das Klemmbrett und organisiert wird. Die anderen sagen halt einfach nur, da hat der Defizite, da muss man nochmal ran, da ist er stark. Genau. Okay. Oder organisieren halt je nachdem dann das Kraft- und das Ausdauertraining. Also mir kommt so vor, dass dann entweder er hat es nicht hingekriegt oder es sah man halt nicht, dass da halt kein Team war. Also das ist das Vorherschen. Ich meine, klar sind auch andere Teams ausgeschieden, die halt als Team gekämpft hatten, aber die hatten halt einfach diese Möglichkeiten und Deutschland hat halt diese Möglichkeit. Das fand ich halt so krass und das ist glaube ich das, was man dann zurückschicken würde. Weiß nicht, irgendwie... Ja, es stand jetzt, die einzige andere Überraschung ist, dass Polen ausgeschieden ist. Was? Alles andere ist... Ich meine, wann haben die gespielt? Polen war in der Gruppe mit, was muss ich überlegen? Heute spielen auch noch vier Leute. Ja genau, aber Polen ist schon raus, Polen hat schon zwei Partien verloren. Polen war in der Gruppe mit Kolumbien und Senegal, Japan glaube ich. Ich glaube in der Gruppe war Polen und ist raus, was ein bisschen überraschend ist, weil Polen eigentlich auch nominell die beste Mannschaft in der Gruppe ist, aber das hat Deutschland ja auch nichts gebracht außer Platz 4 in der Gruppe mit Südkorea, Schweden und Mexiko. Ende echt gut. Ja. Also ich fand es halt, weil es halt auch einfach so... Es ist jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, Südkorea war so ein harter Gegner, sondern also die waren halt auch nicht gut. Ja. Aber es war halt einfach, also du hast halt kein Team gesehen, was ich als, ich habe ja so ein, mir fehlt ja echt viel Fußballwissen, aber was man halt definitiv sieht, so vieles nicht aufeinander reagieren, nicht aufeinander achten. Also einer rennt vor und sieht die andere nicht oder keine Ahnung, also diese Egoscheiße und dann, wenn man sieht von denen, er kommt nicht weiter, passt irgendwo hin und dann sieht der andere ihn aber nicht. Also ich meine, es gab ja gestern x Fehlpässe irgendwo hin, allerdings das kommt ja nicht von, uh, die Sicht ist schwer oder die Südkoreaner sind so riesig, da kann ich halt nicht drüber gucken. Es war halt einfach, jeder macht seins irgendwie. Ich habe noch ein paar Statistiken gelesen zum Spiel, Deutschland hat so oft aufs Tor geschossen, wie keine andere Mannschaft bei dieser WM bisher. Das sind aber auch lustige Statistiken. Genau, und nur zwei Tore geschossen bisher mit allen Torschüssen und das heißt, die Quote an hereingegangenen Toren ist so zwischen zwei und drei Prozent. Und bei der WM 2000... So höher als Bitcoin. Nice, Gold. Gott, das war ja zehn Euro gerade. Nicht drüber nachdenken. Wie viel hast du gekauft, 140? Ihr könnt uns Bitcoin-Gold spenden an finesse.bitcoin.io. Die Abschlussquote bei der WM 2014 war ungefähr bei 25 Prozent. Ja gut. Also wirklich so um den Faktor 10 besser. Ich glaube, der hat noch ein paar Spiele als Ersatzspieler gemacht. Der war Fußballer des Jahres in Italien 89, habe ich hier letztens gelesen. Ja, der hat ja auch 90 den Weltmeister-Elfmeter geschossen. Ja, aber dass man in Italien Fußballer des Jahres ist, ist doch geil. Ja, aber das gibt es ja in jeder Liga, glaube ich. 89? Goldene Schuhe. 89, das sind gute Zeiten. Ja. Da war ich noch vier. Was hat Ali Rebe gesagt? Wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh? Ja. Ja. Das passt ja ganz gut. Ja. Das ist halt auch so mühselig, jetzt halt einfach, wenn es durch ist, sich da halt irgendwelche Analysen zu geben, weil du weißt halt, in dieser Konstellation wird diese Aufstellung nicht mehr zusammen spielen bei einer WM. Da werden vielleicht ein paar Leute überleben, bis es dann wieder zu einer WM kommt. Es gibt ja viele, die jetzt aber in dem Alter sind, dass sie die nächste WM ziemlich sicher nicht mehr spielen. So was meine ich halt so. Und Löw hat ja, glaube ich, kurz vorher noch verlängert oder gab es die Verlängerung auf 2022 oder sowas? Ich denke ja weiterhin, dass das hinfällig ist. Ob er das macht. Ja, also da er Weltmeister geworden ist und auch sonst bei den Turnieren immer gut abgeschnitten hat, wird man ihm sicher die Option lassen zu kündigen und ihn nicht entlassen. Aber ich glaube, es wird schon, da wird schon sehr offen darüber geredet, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn er kündigt. Und also so wie du meintest, neulich, ich weiß gar nicht, ob es On-Air war oder ob wir es privat besprochen haben, dass er auch zu den jüngeren Spielern keinen Draht mehr hat, weil die nur noch am Handy sind und ihre Instagram-Werte checken, um ihren Marktwert zu erhöhen. Vielleicht deckt er zu viel. Ja. Uh, der einzige Podcast mit hörbaren Dabs. Uh, der Pogba. Also vielleicht spielt halt auch das eine Rolle. Das ist halt einfach, ich finde ja sowieso. War das der Flossdance? Ja, das sage ich. Ich will jetzt nicht aufstehen dafür. Nee, musst du auch nicht. Dass Löw sowieso immer so ein paar seltsame Personalentscheidungen hat, was so seine Lieblinge angeht, wie zum Beispiel Gomez. Und Gomez, der in der Nationalmannschaft noch nie gut war, der auch im Verein einfach nicht zu den Top-Stürmern der Bundesliga gehört und wo man einfach sagen muss, vielleicht hätte er lieber Petersen, Kruse oder Wagner mitnehmen sollen. Petersen, Kruse! Ja. Also drei. Im Alter wird man halt wunderlich. Die auch alle mal bei Bremen gespielt haben oder noch da spielen. Und dann... Ob die sich auch im Stadion streuen lassen? Ja, eine Kruse wurde ja geschasst wegen dieser... Ge was? Geschasst. Verscheucht. Entlassen. Geschasst. Wegen dieser auf Video aufgezeichneten Affäre mit einer Stewardess. Wer hat dir das gefilmt? Er und die Stewardess. Achso. Und er hat es online gestellt oder hat sie jemand gehackt? Ich glaube, sie hat es online gestellt oder ihr Telefon wurde gehackt oder irgendwie so. Also ich kriege es nicht mehr genau, aber es war halt ein... Also ein Sextape online und... War das gut? Ich habe es nicht gesehen. Was? Ich finde Kruse ist jetzt nicht so mein Typ. Ja, vielleicht ist es... Was hast du gesagt? Die Stewardess? Ja. Das können wir ja genau... Hatten die denn irgendwie ein längeres Verhältnis oder war das jetzt während des Flugs nach Mallorca? Ich glaube, das war nur so ein One-Night-Stand. Oder halt so ein... Im Flieger? Wochenklüngelein. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Hotelzimmer. Welchen Seiten sammelst du in deinen Infantieren? Ein Sextapes... Auf Sextapes.com Das ist auch schon eine Weile... Warnab recherchiert. Das ist... Das war auch bevor er zu Bremen wechselte, Kruse. Also da ist er auch bei... War das der Grund für den Wechsel? Mehr oder weniger. Nein, wirklich. Also er ist bei Mönchengladbach dann auch so ein bisschen in Ungnade gefallen. Da ist er immer so... Ja, wir stellen uns schützend vor den Spieler, aber... War das scharf noch Trainer? Nee. Hat er denn angerufen vielleicht... Ja, du hast hier mit der Stewardess, deswegen würdest du es zu uns gut passen? Wir holen dich... Wir haben hier viele Weser-Stewardessen. Ausbildungslager. Ich glaube, das hat ihn gereizt. Also das passt halt nicht so zu dem Image des sauberen Nationalspielers und des werbewirksamen Typen für die Commerzbank oder Adidas oder Mercedes. Ja. Und mit Wagner und Petersen kam er auch noch nie so richtig klar, aber halt Gomez ist schon, finde ich, eine gewagte Fehlentscheidung. Aber war es denn, also ist es denn final seine Entscheidung oder gab es da so viele Stimmen, die halt was sagen konnten? Nee, also wen er mitnimmt, ist schon seine Entscheidung. Und er hat dann quasi beim Training, also ich meine, die haben ja... Genau, er nominiert ja auch immer ein paar mehr Spieler fürs Trainingslager und schickt dann so drei, vier wieder nach Hause. Wie viele waren auf dem Spielfeld insgesamt 20? Hat er nicht irgendwie alle spielen lassen? Ich glaube, alle, bis auf die beiden Ersatz-Torhüte, haben mal gespielt. Was auch wirklich, wirklich auch für seinen Stil sehr ungewöhnlich ist. Aber ich meine, es beschreibt ja auch, dass er merkt von wegen, das ist kein Team. Ich probiere es. Ich fange jetzt an zu probieren. Ja, aber also... Und dann, aber das meine ich halt, das finde ich halt so komisch. Die Vorstellung, dass er halt im Trainingslager in Österreich und vorher wahrscheinlich irgendwann schon mal in Deutschland und dann später dann halt in Russland nicht gesehen hat, die spielen nicht zusammen. Das sind halt alles so eine Ego-Ficker. Die hat alle an ihrem Handy oder alle sind halt eigene Stars und sagen, fass mich nicht an oder sowas, dass man dann irgendwie nicht sagt, das geht nicht. Und dass er das nicht vorher gesehen hat. Also es ist auch deswegen ein bisschen seltsam, weil der Rumpf der Mannschaft eigentlich fast identisch mit der Weltmeistermannschaft war. Was heißt der Rumpf? Also Hummels, Boateng in der Innenverteidigung, davor Kroos und Khedira, davor Özil und Müller mit einem variablen Partner vorne. Und eigentlich wurden nur die Posten drumherum ausgetauscht. Also der ganze innere Kern der Mannschaft, bis auf die Außen, war eigentlich identisch mit der Weltmeistermannschaft. Und man sollte halt meinen, dass die Leute immer noch ein bisschen wissen, wie man zusammenspielt. Könnten die nicht vermitteln. Nee, also... Oder es traf halt so viel neues Ego da drauf, dass sie gesagt haben, ja, erzähl mir nichts. Aber die neuen Spieler haben ja auch, also alle sich so ein bisschen... Ich war aber irgendwie... Unglücklich aus der Affäre gezogen, also so Draxler, Goretzka haben nicht so richtig Leistung abgerufen. Goretzka? Goretzka. Ja, ja, aber noch nicht so oft gehört. Ich glaube, der spielt darauf, Schalke. Ey, Goretzka, gib mich die Kirsche. Ja, was auch total für das Bild sprach, was ich gestern gesehen und gehört habe, dass halt alle einzeln für sich zum Bus gegangen sind. Das war jetzt nicht so ein, boah, das haben wir verbockt, sondern alter, fass mich nicht an. So, ich bin jetzt mal schön alleine mit meinem Smartphone und schreibe dann irgendwie, ja, schade oder so. Der Einzige, der irgendwie ein paar Mal gesprochen hat, ist Neuer und der wirkte dann beim Reden halt auch so von dem, ich möchte reden. Vorher wirkte er aber so von wegen, alter, quatsch du mich an, wo der Kommentator beziehungsweise der Moderator wirkte halt auf mich schon ein bisschen ängstlich, weil er dachte, Gott, Neuer, alter, egal, was ich jetzt sage, ich kann nur verlieren. Und dann hast du aber gemerkt, als er geredet hat, ich will hier was sagen, weil ich stand die ganze Zeit hinten und ich sah die ganze Zeit dieses zerfaserte Durcheinander meiner Jungs oder beziehungsweise er ja halt noch als Kapitän, dass er halt dann irgendwie sagte und ich dachte, Kapitän darf auch mal auf dem Spielfeld so ein bisschen dirigieren, was ja auch für ein Arsch, also ich meine, der hat einen Kapitän, das hätten wir uns auch die Binde irgendwie an den Knoten können. Wer die Binde am Arm trägt, ist sowieso immer so ein bisschen... Ich meine, aber sonst bei hier, Portugal ist doch Ronaldo und der sagt auch irgendwie mal hier da und da und da oder nicht. Ja, aber es ist schon eher, also ich meine, Neuer kann halt, wenn er das ordnet, theoretisch ja nicht bis ins Mittelfeld oder in den Sturm schreien, das eigentlich müsste er... Nein, ich meine, aber der... Ja, klar. Aber Neuer ist halt auch in der guten Position zu sehen, ein bisschen sowas, also generell, wo die Positionen stehen und sieht dann hier halt auch, weil es auf ihn zukommt, wo vielleicht vereinzelt das Fehler ist. Aber er ist ja eher ein diplomatischer Torwart, weil es ja jetzt mal so Vulkanen wie Kahn, dem Titan, Titan oder dieses vergleicht. Ja, aber vielleicht ist das Scheiße, vielleicht muss man den Jungs halt irgendwie mal ein paar Ansagen machen und nicht von wegen, ja, mit dem Bischee hier so da tun. Die Alternative da wäre ja Ter Stegen, der eher Torwart beim FC Barcelona, der zweite Torwart, der eher der Olli Kahn ist, von der Mentalität her. Ich meine aber auch vom Trainer her. Ja, also wenn ich halt mir vorstelle, dass halt vielleicht so Löw, wie man in der Öffentlichkeit immer sieht, halt auch beim Training ist und plötzlich halt auf voll Verzogenes, also Jungs, die halt einfach viel zu früh an sehr, sehr viel Ruhm kamen, halt plötzlich vor denen steht und dann halt mit dieser Löw-Energie von denen, ja, du musst da mal nach vorne und so was und dann denkst du, ja, die brauchen vielleicht eine größere Ansage als... Ich weiß es ja, ich meine jetzt, das ist jetzt ja auch total dusselig, wenn wir uns jetzt hier da tot analysieren über irgendwas, wie es dann gelaufen ist, weil die Frage ist ja eigentlich, wie würden wir die wieder aufmachen. Ja, gut, das ist aber auch schon wieder ganz schön, also ich würde es mit denen ja gar nicht wollen, so. Also das, was ich gesehen habe, also das hat mich ja gestern auch so genervt, beziehungsweise bei den anderen Spielen, die ich gesehen habe halt auch, dass ich dachte, deswegen hast du ja nicht gestern grundlos gelacht, so. Ja, das war, es war halt einfach der... Und das war halt auch so, also es war halt zwar in eine andere Richtung, aber es war irgendwo so ein Lösen, dass man sagt, mit dieser Energie muss ich ja irgendwo hin und es gab auch gar keine Momente, sich auszuschreien, weil es war ja auch nicht von wegen Fehlentscheidung, oh, das war knapp schade, sondern es war einfach nur so, was ist denn das? Das finde ich auch, das fand ich gestern, das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, dass, also klar, man sieht ja aufgrund der Parallaxenverschiebung, siehst du ja immer Bälle viel näher am Tor, als sie sind, also gerne mal. Aber wenn man jede Woche Fußball schaut, dann kam ja ungefähr Abschätzen so, okay, war das wirklich knapp oder ging das meilenweit ran vorbei und dann hast du halt einfach Leute, die es wirklich nur einmal alle vier oder zwei Jahre sehen zu den Turnieren und die dann, oh, oh, wie ärgerlich, ärgerlich. Oder eigentlich siehst du, nee, der Ball ist 20 Meter neben dem Tor gelandet, das war nicht knapp und, also 20 Meter neben dem Tor war ja offensichtlich eher die Regel bei den deutschen Torschüssen. Deswegen, was ich noch sehr unterhaltsam fand, das Deutschland hat ja gestern im Auswärtstrikot in grün und weiß gespielt. Das sah nicht scheiße aus, finde ich. Nicht? Nicht. Finde ich prinzipiell ganz schön, bis auf dieses hässliche Muster da drauf. Das habe ich nicht so gesehen. Ist das gleiche Muster wie das normale? Nee, das ist, ach, so ganz komische kleine geometrische Formen, die da auch so aufgedruckt sind. Aber das Original hat doch auch so kleine, das hat doch diese komische Winkelscheiße aus den 90ern. Ja, genau, das ist auch so Winkelscheiße aus den 90ern. Okay. Und wo ich, Deutschland hat ja ohne Not im Auswärtstrikot gespielt. Was heißt ohne Not? Nein, Südkorea hat in Rot gespielt, genau. Also sie hätten auch in ihrem komischen Bürograu. Aber wo du genau weißt, nee, das ist eine Sicherheitsmaßnahme von Adidas, dass sie das Trikot nochmal präsentieren, falls sie ausscheiden. Freunde, wenn es so weitergeht, zeigt mir das einmal das Grüne. Ja, aber wirklich. Also ich meine, wer gibt das denn an? Ist denn wirklich so ein Adidas-Frägel, der sagt, Löw, kannst du dir mal ein Grün laufen lassen? Nee, du musst... Vor dem Spiel wird das besprochen. Da bringt jeder ein Set an Trikots mit. Entscheidet das Final für Löw oder darf er das nicht entscheiden? Ich glaube, das kann er auch entscheiden, aber ich glaube, das macht er nicht. Aber die gleichen das dann ab und die gucken, ob das zu ähnlich ist, ob das sich auf dem Fernseher zu ähnlich aussieht. Dann muss der Schiedsrichter entscheiden, was er trägt dazu und die Torhüter müssen abgeglichen werden. Mit so einem Scheiß wird sich das dann nicht beschäftigen. Nee, da gibt es aber, also da gibt es von der Mannschaft irgendwie aus dem Betreuerstab jemanden, der das macht. Es gibt bestimmt so viele dumme Fragen, wo du sagst... Aber die haben jetzt auch schwarze Hosen und weiße Stutzen und wir haben blaue Hosen und gelbe Stutzen. Könnt ihr nicht auch die blauen Stutzen tragen? Diese können nicht alle gleich aussehen, bis auf die Trikots. Also die können auch alle weiße Hosen, alle weiße Söckchen, alle schwarze Schuhe, wenn sie überhaupt... Mittlerweile hat ja irgendwie ein Spieler halt einen rot-gelben Fuß und dann einen knallblauen, weil es irgendwie cool ist, in sieben Farben zu laufen. Ist ja vollkommen okay. Ist halt einfach nur, wenn du halt dann als Spieler sieben Farben trägst und sowas, ist halt für dein Auge auch viel leichter, wenn du deine Mitspieler erkennst, alle in einer Farbe, als wenn du siehst, ach ja, das war auch einer. So, das muss halt schnell passieren. Und dann, ja... Aber, ach... Also da geht es eher um die Fernsehzuschauer, aber... Ja. Ich war da, wenn du überlegst, dass du als Trainer noch dein Go dazu geben musst, oh, da werde ich doch so genervt, ey. Also es ist halt, wenn du noch zwischendurch sagen musst von Dingen, ist das Essen okay? Und ist das Getränk okay? Sind die Flaschen okay? Ist die Größe okay? Ist die Temperatur okay? Ist die Konsistenz okay? Ist das Material der Flasche okay? Ist die Farben, äh, Farbenpracht okay des Flaschendeckels? Also es ist dann so, wo du irgendwann denkst, ja gut, kein Wunder, dass ich mich hier aufs Trainieren nicht konzentrieren kann. So, wenn ich halt... Okay, also erste Maßnahme, die Trikotfarbe wird umgestellt auf Schweinchenrosa. Nee, ich würde zum Beispiel keine individuelle Rumgekacke bei Klamottenscheiße, so. Wir haben halt irgendwie zwei Farben Socken, zwei Farben Hosen, zwei Trikots und zwei Farben Das ist ja... Also es gibt ja... Aber die tragen doch alle bunte Schuhe, wie sie wollen. Nee, die Schuhe ja. Ja, und das gibt's bei mir nicht. Aber die haben... Okay, das ist gewagt. Aber ja. Was heißt hier gewagt? Das hatte die deutsche Nationalmannschaft lange. Da mussten alle Adidas-Schuhe tragen, egal was sie im Verein getragen haben. Ja. Das haben die Spieler durchgesetzt, dass sie ihre eigenen Schuhe weitertragen dürfen. Ja, das ist doch wie an irgendwelchen... Keine Ahnung, irgendwelchen Schulen, wo es dann darum geht, in Teenager-Alter sich zu irgendwie profilieren mit irgendwelchen bescheuerten Markenscheiße. Da sagst du, ja, wir haben auch Markenscheiße, wir haben aber nur eine Markenscheiße. Und das ist dann halt auch nicht nur von der Nationalmannschaft der Deutschen, sondern generell für die WM gilt das für alle Länder. Ihr könnt alle rumpimmeln. Ihr könnt von eurem Land dann halt irgendwie oder von welchen Sponsor auch immer dann halt eine Sorte an Puschen kriegen. Und ihr habt dann in zwei Farben. Und genauso ist es wie mit Hosen und Socken auch. Das ist halt einfach... Was soll denn dieses... Und es wird mit Sicherheit nicht passieren, dass du, keine Ahnung, wenn du so ein blasses Grau hast und ein helles Grün und dann können die anderen zwei Farben sonst wie aussehen, da kann ja auch mal ein Grün passieren. Und dann kannst du immer sagen, ja gut, dann nehmen wir das traurige Grau. Und dann bist du aber trotzdem wieder vollkommen klar. Und dass die Schuhe halt dann auch irgendwie... Die sind dann halt alle schwarz und alle weiß oder sowas. Also alle so ganz... So eine Scheiße, wo man sich mit einfach nicht beschäftigt. So, also dieses Reduzierte, glaube ich. Ich würde sagen, ey, reduziere dich alle komplett runter und habt halt nicht irgendwie so eine Auswahl und sagt, naja, die fehlen sich so gut, der Grip ist scheiße, sondern da müssen sich alle durchquälen. Das ist, weiß ich nicht, dann ist die Voraussetzung für alle gleich. So. Wir spielen ja auch alle auf Rasen und nicht, weil der eine sagt, nee, ich finde Sand ein bisschen besser, ich habe hinten bei mir ein bisschen Sand. Ist ja auch nicht der Fall, so. Ja. Dann fängt das an, irgendwie Neuer irgendwie erst mit der Schaufel und seiner Schubkarre irgendwie auf dem Feld zu gehen. Wie der EM-Bestatter? Genau. Bei mir vorne ist immer schöner Mutterboden. Sonst springe ich nicht. So, ich springe doch nicht ins Grün. So. Dann sage ich, nee, ist nicht. Bei mir gibt es auch nur zwei Essen. Einmal mit und einmal ohne Fleisch. Bums, aus, fertig. Ich würde wahrscheinlich das Training gar nicht so groß verändern. Ich würde die Verhältnisse drumherum verändern. Zum Beispiel das... Wie in Nordkorea. Also, Südkorea hat jetzt zum Schluss ja nicht doof gespielt. Dann haben sie auch irgendwie geschafft. Und was ist das Trainingslager, beziehungsweise irgendwie das Hotel in Russland, das Haupt, das Zentrale, da wo die deutsche Mannschaft, war halt so tot, so traurig. Tot. Genau. Es gab, also, die haben sogar noch irgendwelche Mauern drumherum gebaut, weil drumherum war es halt einfach eine kleine Ortschaft und die einfache Dorfbewohner oder sowas wollten dann halt, wenn, dann halt mit denen mal saufen. Die wollten gar nicht mit denen reden, wollten nichts wissen, keine Autogramme. Haben so ein paar Leute in der Würde gesagt, ja, trinken würde ich mit denen, so. Und damit sie die da ein bisschen ferner halten, haben sie halt dann ein paar Wände hochgezogen. Aber da gab es dann halt nicht irgendwie, weiß nicht, sieben Pools und Partymeile und sonst was. Und dann ist das ja auch okay. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil du bist ja nicht für Urlaub. So, du kannst dich auch mal darauf konzentrieren. Und das ist ja auch mit Sicherheit auch ein paar Räume, wo du sagst, okay, hier ist mal ganz schön. Ja, der Trainingslager kommt ja auch quasi von Internierungslager. Na, aber ich meine, dann musst du dich ja halt auch nicht irgendwie mit tausend Sachen beschäftigen, sondern halt mit dir, wenn du Bock hast, mit den anderen Leuten. Und dann kommt es vielleicht so, dass du halt so eine Verbindung aufbaust. Wenn du den halt auch allen wie blöde... Die Playstation wegnimmst. Genau, so wie die Teenager sagst du von wegen, wisst ihr was, ich zerreiße euch jetzt mal hier schönen Internetzugang. Die können ja alle ihr Handy behalten. Playstation spielen ist kein Recht, sondern ein Privileg. Na, ehrlich, ich meine, also das Team formst du ja nicht irgendwie in den, weiß nicht, täglichen oder alleine in den täglichen sieben bis zehn Stunden Training oder sowas. Sondern das wäre ja halt auch, dass du sagst, wir essen gemeinsam am Tisch mit Trainer und Stab, sonst was. Und nicht hier hinten ist der Axel mit seinen Jungs und, weiß nicht, Neuer möchte halt immer nur Cornflakes hinten links. Und das nur alleine, während er Simpsons-Folgen guckt. Also das ist nicht. Alle zusammen schön. So, fertig. Und wenn das doof ist, dann bequatschen wir es in der Runde. Sofern es dazu gehört. Aber das finde ich gut, dass die auch, dass lauter 30, also Ende 20 und Anfang 30-jährige Männer, weil die einfach behandelt werden wie im Schullandheim. Ja, aber weil die so rüberkommen, dass das so behandelt werden. Nee, es gibt hier nur Pfefferminztee. Naja. So, bis der Aus- und Früchtetee. Und bis beide Kanten ausgetrunken sind, wird hier nichts Neues gebraut. Ja. Bei uns gab es früher immer Hagebutte mit Zucker. Hagebutte ist das. Genau, Hagebutte ist dieses ekelhafte. Äh, ekelhaft. Der wird auch direkt nur an Schullandheime geliefert. Und gerne auch. Aaron, kommst du mal zurück? Da ist noch was in deinem Becher. Aber, aber, aber das ist kalt. Da ist noch was in deinem Becher. Das ist auch die, dann, jeder muss ausläufeln, was sich eingebrockt hat und du hast es dir nicht mal selber aufgetan. Ja. 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 Nein, ich hätte da halt, also die können ja ein paar Sachen trinken. Klar gibt es kein Alkohol oder sowas, aber es gibt dann jetzt auch nicht irgendwie 28 Säfte und dann muss sich auch keiner hinstellen und sagen. Ich hätte ja eine Maracuja-Bananenschorle. Ja, wenn jemand dann sagt von wegen, ey, ich hab sonst immer Drachenfrucht mit Mondwasser. Dann geh zur niederländischen Nationalmannschaft. Ja, bitte. Da ist die Tür. Ja. Also, ja, dass man sich halt einfach reduziert, worum geht's denn? Und wenn jemand sagt, ne, aber ich kann halt nicht Kräfte und mich wohlfühlen, weil ich halt nicht irgendwie südfranzösische Mangosfutter. Ja, dann wird's schwer, aber dann muss, ist halt so. Also, dann würde ich jetzt nicht anfangen, okay, Ausnahme. Genauso wie verschieden große Zimmer, die haben halt alle, bumms, ein Zimmer. So wie letztes Mal. Alle, alle 23 ein Zimmer. Genau. Nur Doppelstockbetten und alle schlafen auf einer Etage. Wie bei Full Metal Jacket. Bei dieser komischen Nachbehandlungstalkshow auf ARD, die so versucht hat. Nachbehandlung ist das richtige Wort dafür. Naja, was ist es denn sonst? Letztens hier woanders. Waldis WM-Studio oder ist der inzwischen eine Klinik? Nee, gibt's ja gar nicht mehr. Da gibt's halt einfach diesen... Klinik. Klinik. Gibt der noch? Waldi, Entschuldigung. Genau, diesen Toten, der Tadeus, der... Spongebob hast? Genau. Nein, der Typ, der Moderator beim RBB und Radio und gerne bei CDU-CSU-Veranstaltungen gerne mal durch den Laden führt. Also so unangenehmer Typ. Eigentlich mochte ich den früher und dann fand ich ihn ganz eklig. Jedenfalls, der hat da irgendwie mit moderiert und hier dieser Typ vom Dschungelcamp, der da die Dinger geschrieben hat. Ja, Micky Beisenherz. Genau. Und da war halt... Ein alter Schulfreund von mir macht einen Podcast mit dem. Super. Aber der ist nicht so gut wie für Nüsse. Nice. Und da war halt letztens Kretschmer irgendwie, der... Ach, der Handballer und MTV-Moderator. MTV-Moderator? Der hatte mal eine Show auf MTV. Echt? Wie hießen die? Kretschmer lässt sich tätowieren. Heute Herzen. Wahrscheinlich nicht ganz falsch. Das war so eine Hard-Druck- und Alternativ-Sendung für MTV. Alternativ war doch alles bei MTV. Jedenfalls war der halt auch da und dann hieß es, dass irgendwie Moderator, ich glaube Beisenherz meinte von dir, ja und die sind da alle total... einsam in dem Hotel, alle in einem Hotel. Und dann saß der halt Kretschmer nur da und meinte, ja, wow. Habe ich kurz erwähnt, wie viele tausend Spiele ich in der Nationalmannschaft Handball gespielt habe. Und wir immer zusammen in einem Hotel waren. Gerne auch mit der gegnerischen oder parkgegnerischen Mannschaft in einem Hotel. Das ist normal, wenn du halt nicht gerade Bundesliga-Fußball spielst oder sowas. Und neben dem Stadion wohnst. Genau. Und dann meinte er halt, im Handball, wo es halt eine andere Liga ist, also im Sinne von Fame und sowas. Ja, anderes Budget. Ja, genau. Meinte er, da ist das halt voll normal. Und wenn die halt jetzt sagen werden, ja, die sind voll abgelegen, müssen den ganzen Tag voll kämpfen, bla. Dann meinte er, äh, Entschuldigung, was glaubt ihr denn, wie das Bauzimmer aussieht? Und da habe ich halt gedacht, ja, genau. Und ich glaube, da kommt es ja dann halt auch ein bisschen her, nicht von wegen, ja, die Harten beißen sich durch. Weil es ist ja nicht hart, abgesehen von Training, wenn du halt einfach nur irgendwo bist, wo du alles hast, was du brauchst und vielleicht keinen Luxus. Und damit meine ich jetzt nicht von wegen vierlagiges Klopapier, sondern halt echt übertriebenen Luxus. Dass die halt sagen, meinst du, die haben vierlagiges Klopapier da, wie Könige? Ja. Aber ich meine, die haben doch bestimmt dann irgendwie sieben verschiedene Sauen und sonst was. Und dann, äh, keine Ahnung, all so ein Schnüsselzeug. Ich meine, ist ja kein Schnüsselzeug, aber ach, ich habe vielleicht das Gefühl, dass die sich vielleicht, ähm, die hatten zu viel Ablenkung vielleicht. Also nicht nur beim Training, sondern das, was du trainierst, also was der Körper und Geist in dem Moment da veranstaltet, musst du ja danach auch Zeit haben, um sich zu setten. Und das kannst du ja nicht, wenn du dann halt mit, äh, weiß nicht, sieben Werbeverträgen dann halt immer noch skypest, Instagram-mäßig da halt irgendwie ein paar, äh, Storys erzählst von wegen, weil deine neuen Schuhe total geil zu deinen Hosen passen, bla, dann irgendwelche Scheiße. Ja, natürlich passen die gut zu den Hosen, weil es ein Paar Schuhe gibt für elf Spieler. Ja. Ja. Die haben wir passend ausgewählt. Und die könnt ihr euch teilen. Wer gerade am Ball ist, trägt die Schuhe. Genau. Und wenn jemand vom Feld einen Wechsel macht, auf dem Feld, dann muss er die Schuhe ausziehen, wenn er vom Feld geht. Weil der andere, der hochkommt, hat nämlich noch keine. Ja. Und dann wird nur noch gewechselt, wer die passenden Füße hat. So. Oh, wir brauchen eine 44. Das ist der Neuer. Scheiße. Okay, der Sturm jetzt mal mit dem Neuer gewechselt. Aber so. Ach, ich hab den Redesack nicht. Scheiße. Ja, wie würdest du das machen? Mit den Schuhen. Generell, wie sieht denn bei dir das Camp aus? Tredings. Das Lager. Sagen wir das Lager. Das Lager. Ein in Russland gebautes Lager. Ich würde tatsächlich auch viel von dem Social-Media-Quatsch beschränken, dass die Spieler weniger Zeit dafür haben und wirklich Training und Essen zusammen, was sie aber, glaube ich, eigentlich machen sollten. Also eigentlich wurde es irgendwann mal eingeführt, dass sie alle zusammen essen. Und ansonsten, glaube ich, also ich glaube, diesmal stimmt halt einfach die Mischung in der Mannschaft grundsätzlich nicht. Gab es da irgendwelche Freunde, sowas wie Schweini und Poldi damals? Ja, nein, halt so die Leute, die halt auch schon länger zusammen sind. Also Hummels und Boateng, die ja schon tausend Spiele zusammen gemacht haben. Hummels und Süle auch. Der ist ja auch vom FC Bayern München. Und ansonsten so Kroos und Khedira haben ja auch lange Zeit zusammengespielt. Özil und Khedira haben, glaube ich, auch lange Zeit zusammengespielt. Ah, nee, es war noch Özil und Mertesacker bei Assen. Aber Özil und Kroos haben auch lange Zeit zusammengespielt bei Real. Und es gibt halt schon noch so diese Duos und halt auch immer so diese starke Bayern-Achse. Aber ich glaube, dass die Diskrepanz einfach zwischen denen, die schon ein bisschen länger dabei sind, also Özil, Khedira, Müller und so, die sind ja alle schon Ende 20, Anfang 30. Zwischen denen und den ganz Jungen zu groß. Dass du halt einfach, du hast, ich meine, was hast du mit Anfang 30 gemein mit jemandem, der Anfang 20 ist? Außer als Fußballer. Wir können doch auch miteinander kommunizieren. Ja, aber wir, genau, wir Fußballer reden ja nur darüber, was für geile Tattoos wir uns haben stechen lassen. Ich jetzt zum Beispiel habe ein Tribal, auf dem alle meine Wurzelbehandlungen dargestellt sind. Das sieht ziemlich cool aus. Und die rockende Katze im Hintergrund. Ja, die Scotchkatze. Also ich glaube, dass das halt einfach von der Mischung nicht stimmte. Dass du halt einfach da irgendwie zu... Ja, aber wie findest du das denn vorher raus? Das würde ja bedeuten, dass das letzte Mal Löw halt einfach Glück hatte. Nee, aber es gibt ja Spiele, wo du das beurteilen kannst. Du hast ja eine Qualifikation. Früher war es ja üblich, dass der Weltmeister automatisch qualifiziert ist. Ich glaube bis 2010. Und danach musste die Weltmeister-Mannschaft auch eine Qualifikation spielen. Was ja super ausgebracht hat, weil Italien als Weltmeister 2010 ausgeschieden ist, Spanien 2014, jetzt Deutschland 2018 in der Vorrunde. Das erste Mal. Ja, aber die letzten drei Weltmeisterschaften sind die Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden. Das ist schon... Also vielleicht stimmt dann auch wirklich was mit der Einstellung nicht. Weil ich meine, das passiert ja nicht... Es ist schon ein bisschen seltsam, dass Italien, Spanien und Deutschland, auch drei Mannschaften mit vergleichsweise unterschiedlichen Spielstilen, als amtierende Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden sind. Weil die sind, glaube ich, und das hat man den Deutschen angesehen, die Spanier haben sich vor vier Jahren auch ein bisschen so benommen. Und Italiener vor acht Jahren auch. Obwohl die fast gar nichts dafür getan haben, oder? Ja, du gehst einfach rein... Also die meisten Spieler haben damit nichts zu tun. Ja, wir sind doch Weltmeister. Ja, Deutschland so 50-50 ungefähr. Ja, deswegen sage ich, die Hälfte hat damit doch nichts zu tun. Und du gehst rein und sagst, ja, wir sind Weltmeister, ihr müsst uns schlagen. Ja, genau. Und du denkst, äh, gleiche Voraussetzung, du musst jetzt erstmal anfangen zu spielen. Ja, wieso? Du gehst ja nicht mit einem Tor Vorsprung. Und das, also da halt auch einfach die Einstellung, denen so ein bisschen die Demut fehlte. Ja, voll. Und weil ich meine, also das Talent ist es ja nicht. Es sind ja alles wirklich exzellente Fußballer bei den europäischen Top-Vereinen. Also Kroos zum Beispiel ist ja erst ein bisschen später gekommen, weil er noch die Champions League schnell gewonnen hat mit Real Madrid. Und der ist ja da auch kein Ersatzspieler, sondern der ist ja massiv daran beteiligt, dass der Verein erfolgreich ist. Vielleicht haben die ganzen Bayern-Spieler sich verkraft, dass sie gegen Frankfurt verloren haben. Das ist ja natürlich ein hartes Los, ja. Es ist zu viel Äppelwoll getrunken für den Forst. Boah, mich macht das Wetter gerade so fertig. Ich fange die ganze Zeit an zu hier gehen, es tut mir leid. Aber alter Innenhof, es ist ja eine eklige Suppe. Also hier ist ja, weil ich hätte die Fenster nicht aufzulösen. Ich muss ja das Fenster hier zulassen, sonst staubt es hier rein und malen sie auch gerade. Was malen sie denn? Na, hier die Fensterrahmen. Achso, aber vorhin habe ich jemanden gesehen, der die Fassade komplett mit Grudierung, einmal. Achso, ja genau, das passiert als nächstes. Das haben sie ja hinten schon gemacht. Mega interessant für unsere Zuhörer. Ja, stimmt. Jedenfalls ist es gerade draußen echt. Podcast-Studio bekommt einen neuen Anstrich, genau. Der wurde auch schon vorher gebucht, also steht dann Deutschland-Weltmeisterschaften 5. Ah. Ja, aber das Ding ist voll warm. Fühlst du nicht? Also ich finde das so schwül warm. Ja, stimmt. Das ist voll drückend. Auch sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Unangenehm. Ja. Ne, aber ich finde ja auch personell ein paar, wie gesagt, also wie ich schon mit Gomez angedeutet habe, so ein paar fragwürdige Entscheidungen, die Löw aber eigentlich immer dabei hat. Also der hat immer so ein paar Entscheidungen, mit denen er sich schon sehr der Kritik aussetzt. Also auch das mit Neuer hätte ja mega schief gehen können. Ist es nicht, aber ja, okay. Und dann hat, ich finde es ein bisschen seltsam, Leute wie Schürrle oder Leroy Sané nicht mitzunehmen. Sané war der teuerste, ne? Ähm, genau. Der 19- oder 20-Jährige. Irgendwie so, also halt sehr jung. Den zum Beispiel zu Hause... Das wäre der jüngste oder nicht? Wäre er gewesen, ja. Ja. Äh, und Andi Schürrle, der, André Schürrle, der eigentlich auch immer eine Top-Leistung gebracht hat und der auch einfach ein super schneller Fußballspieler ist, der wurde nicht mal in den erweiterten Kader nominiert. Und dann hat Leute wie Javi Goretzka, Draxler, ich bin sowieso nicht so... Draxler! Draxler-Fan. Ja, Goretzka ist schon gut. Schon für den Namen. Goretzka! Goretzka ist, glaube ich, auch die Firma, die bei dir den Innenhof gerade macht. Ich hätte ja... Firma Goretzka, die macht heute das Dach. Ah ja. Oh, ne Mail. Äh, heute haben sie Fenster gekriegt übrigens. Hast du ja nicht gesehen, ne? Wer, Fenster? Ich hab Fenster bekommen? Nein. Auf dem Dach wurden heute Fenster eingebaut. Was? Auf der Schräge wurden heute Fenster... Wie können die denn da schon... Was auch immer. Du weißt ja nicht, wie weit die sind, ne? Wie ich nicht drüber nachdenke. Die sind kurz vorm Decken. Und jetzt haben sie halt da die Fenster schon mal reingelegt. Cool. Naja, nicht mein Bier. Naja, das stimmt. Naja, äh... Ja, aber halt, also wirklich die Einstellung ist natürlich schwer. Ja, wie erreichst du die Leute? Also, weil es zog sich ja durch die ganze Mannschaft. Es war nicht so, als ob das nur so zwei, drei Spieler waren, bei denen es an der Einstellung haperte, sondern wirklich eigentlich jeder, der gespielt hat, vielleicht so mit zwei, drei Ausnahmen. Also, ich muss auch sagen, ich fand natürlich, das ist irgendwie so wahrscheinlich jahrelange Medienerfahrung, aber ich fand halt diese, ähm, diese Ruhe, wahrscheinlich soll man sagen, ja, muss er ja auch machen, aber diese Ruhe und Zuversicht von Löw fand ich im Nachhinein auch ein bisschen irritierend. Also, er kann dann auch mal Unmut äußern, um dann zu sagen, gut, dann ist es raus, dann drehe ich das jetzt, aber sagen, ja, ein bisschen schwer, klar, da sind ein paar Sachen, jetzt müssen wir es aber ändern und so ist dann, also, dass man auch nicht am Anfang sagt, boah, das war scheiße, äh, das ist hier eine WM, wir haben nichts in der Hand und das müssen meine Jungs verstehen und das werde ich denen irgendwie hoffentlich irgendwie eindeutigen kriegen, weil so geht es nicht weiter und so, ja, naja, der Anfang und dann pimmelt es genauso durch, wie er geredet hat. Man hat es aber auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, also gegen Österreich verloren und knapp gegen Saudi-Arabien gewonnen und das, also das hätte eigentlich auch schon so ein Warnschuss sein müssen. Also, dass da definitiv, wenn ich Trainer wäre und das Team hätte gegen Saudi-Arabien verloren, hätten sie sich alle vor den Amiga 500 setzen müssen und die ersten beiden Prinz-of-Persia-Teile durchspielen. Kenn ich gar nicht. Gnadenlos. Sauschwer. 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 Sauschwer ist es. Auf dem Mega-Drive gab es das auch, also, ich sag, für Leute, die heute Videospiele spielen, unspielbar, aber bis beide restlos durchgespielt sind, steht ja keiner auf. Da hätte ich die halbiert und die andere hätte ich schön auf den C64 und dann Joanna Sisters durchspielen. Bis die Finger blut. Was ist aus denen eigentlich geworden heute? Ich glaube, die haben einen Barbershop irgendwo in Charlottenburg. Ja. Oh, schön. Die guten Chinas. Was glaubst du denn, wer denn jetzt, meinst du, es gibt da so Überraschungen? Also, es gab ja schon ein paar Überraschungen. Deutschland ist ja nicht der einzige, der rausflog, sondern ich finde halt so ein paar Underdogs, die weitergekommen sind und ein paar, wo du sagst, ja, auf jeden Fall. Findest du? Ich finde es bisher nicht so überraschend. Also, ich fand es halt gestern zum Beispiel dieses Durchpimmeln von Brasilien. Ja, das stimmt. Also, ich finde alle Mannschaften, wo man vorher gesagt hat, oh, die Wir sehen gerade einen Aufzug, den so einen komischen kleinen Lastenaufzug im Innenhof runterziehen und da lag so viel Pappmüll und das hing in jeder Etage fast fest und sah aus, als ob es runterflog. Also, naja. Ne, nein, ich finde, dass die Mannschaften, die als Favoriten gehandelt wurden, Brasilien, Argentinien, Spanien, Portugal, haben alle keine guten Spiele abgeliefert. Also, ich meine, Argentinien ist ja wirklich nur mit sehr viel Glück weiter. Ja, ja. Also, Glück und Messi, ansonsten stimmt ja überhaupt nichts an der Mannschaft. Absolut. Aber Portugal ist ja auch. Portugal auch. Nur Cristiano Ronaldo. Ja, super Elfmeter letztes Mal. Also, der Rest der Mannschaft macht ja nichts. Das ist ja Arbeitsverweigerung eigentlich. Brasilien auch wirklich mit viel Dusel. Also, ich fände die ganzen afrikanischen Mannschaften super, was die halt für einen Teamgeist hatten. Oh. Da springt doch ein Mikro. Was hast du gesagt? Welche Mannschaft hat so einen krassen Applaus gekriegt, als ob die gewonnen hätten? Panama. Panama. Als sie das 1-6 gegen England geschossen haben. Dass die Fans, die Fans sind ausgerastet. Ja, aber gestern, Südkorea, bei dem 2-0 gegen Deutschland, da sind die aber auch abgegräht. Das fand ich auch ganz süß. Also, das war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich dann so ein, dass dann so eine hessige Freude bei mir aufkam, sondern ich dachte, so scheiße, wie das die ganze Zeit war. Und die haben trotzdem irgendwie den Dusel und da noch was rein. Dann habe ich gedacht, denen habe ich das gegönnt. Und nicht von denen, ha ha, jetzt ärgert mich Deutschland, sondern, nee, denen habe ich das gegönnt. Das war mein Lachen ja auch nicht. Das war kein gehässiges Lachen. Das war, als ob jemand drei Spiele einen Witz erzählt hat und jetzt in der 95. Minute des dritten Spiels kommt die Pointe. Genau. Und also, das war halt nur das. Das war auch wieder so eine dumme Videoschiedsrichterentscheidung. Ah, ja, ja. Das ging ja darum, ob das erste Tor gegeben wird oder nicht. Ob es abseits war oder nicht. Alter, wie viele VAR-Dinger ich dieses WM schon... Aber generell hat es eine unnötig hohe Rate an Elfmetern gegeben. Wahnsinnig viele. Also, jedes zweite, dritte Spiel, da ist irgendwie ein Elfmeter dabei. Das ist schon... Also, auch für ein Turnier, wo es um viel geht. Und es war ja auch bisher kein richtig unfaires Turnier. Also, ich weiß nicht, wurde überhaupt schon mal rot gegeben? Glattrot? Glattrot habe ich nicht gesehen. Also, was ja auch ungewöhnlich ist. Also, es passiert ja durchaus mal, dass man... Ja, aber wahrscheinlich, weil die halt einfach wissen, dass halt man das halt relativ schnell... Also, du hast gesagt, Rotentscheidungen und alle Torenscheidungen, die werden halt gerne mal jetzt Video überwacht. Und dann... Wobei sie auch... Also, wie gesagt, Cristiano Ronaldo hätte ja im letzten Gruppenspiel auch locker rot sehen können. Ja. Er hat auch immer den Arm ausgefahren. Ja. Wo er dann mit Gelb noch gut bedient war. Das ist eh das Faszinierende, was ich ja letztens schon meinte zu dir, dass die Schiedsrichter halt auch nachher in Zeitlupe darauf achten müssen, was ja der eine Experte am Dings... Ich meine, wenn du halt sowas entscheidest von wegen Rot oder Elfmeter oder sowas, dass du dann halt siehst, dass der eine den anderen nicht nur umwämmst, sondern dass seine Mimik halt auch die Psychologie entsprechend zu sich verhält. Dass er überrascht fällt und dass man teilweise auch gespieltes Überraschtsein sieht und das auch lernen muss, dass man das mittlerweile annehmen muss, dass die das auch trainieren. Dass da halt irgendwie jemand bewusst reinrennt und sagt von ihm, jetzt faul mich und kriegt eine leichte Berührung, schmeißt sich dann irgendwie so galant hin, dass es echt aussieht, als ob er mitgerissen wird. Bloß das Gesicht verrät ihnen, ich bin nicht überrascht und das habe ich geplant. Und das muss dann Schiedsrichter irgendwie erkennen in der Sekunde und dann auch im Nachhinein in Zeitlupe. Davor würde ich meine Mannschaft schützen, indem sie in Burka spielen. Oder einfach nur in zu weiten Herrensocken. Ja. Aber ausgetragene, irgendwie von Ex-Trainern. Oh Gott, meine riecht. So, zehn Runden extra. Was? Alle. Wenn ihr so seufzt, habt ihr keine Socken im Mund. Besser. Hört auf Joey. Ecken trainieren, mal wieder. Also ich habe gerade gefragt, ob du eine Mannschaft hast, von dir dir vorstellt, könntest du das jetzt durchziehen? Achso. Wann war England? 66. Das wäre doch lustig, wenn England mal wieder... Ja. Aber gut, das hängt ja jetzt fast nur an Kane, oder? Ja, naja... Obwohl, nee, bei dem 5-1 oder was, da hatten sie ja dreimal Kane und zweimal... Also das gegen Panama sollte man echt nicht überbewerten. Gegen Belgien, also das ist eine gute Bewehrung. Das ist das, was sie haben? Ja, genau. Wann spielen sie da? Ich glaube, in zehn Minuten. Oh, heute? Ja. Ah, okay. Also das ist eine gute Bewehrungsprobe. Also Belgien ist auch eine gute Mannschaft. Da kann man wirklich mal dann ablesen, wo die Mannschaft auch in der K.O.-Runde stünde. Ja, England tatsächlich kann ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten, ich glaube, Uruguay wird weit kommen, bis ins Halbfinale oder so. Das wäre auch ganz schön. Also ich glaube, die, ja, auch ein kleines Land und so, das kann ich mir gut vorstellen. Kroatien. Ja, die sind aber ganz gut. Eben, die sind gut drauf, die sind auch so ein bisschen unterschätzt. Und ich kann mir... Die haben aber auch einfach mit Luka Modric, also dem Typen, der so aussieht wie Beatrix von Storch. Guckst du, Zweifel? Ich habe kein Bild. Ja, mit dem haben die halt einen Top-Mittelfeldspieler. Also auch einen offensiven Mittelfeldspieler, der so ein bisschen nach vorne das Spiel macht. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass es bei denen auch zum Halbfinale reicht. Und dann ist es halt auch mal so ein bisschen, ja, da hast du mal Glück, irgendwie ein unglücklicher Ball geht rein. Was sagst du zu Dänemark? Hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Liste. Ich glaube, die ist bald vorbei, oder? Wo? Die spielen heute Abend, ne? Weiß man nicht. Ich habe ein fragendes Gesicht gemacht, falls ihr es nicht gehört habt. Welche Gruppe sind die nochmal? Der Däne. Der Däne? Der Römyaner. Ja, ne, in welcher Gruppe ist denn das? Was ist denn noch für eine Gruppe übrig? Dänemark? Ist das die Senegal-Japan? Ach, ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt mal nach. Dirk schaut jetzt mal nach. Ja. Aber ich kann mir irgendwie bei den Spielen, die ich bisher gesehen habe, nicht vorstellen, dass Brasilien oder Argentinien Weltmeister werden. Und so bei Spanien kann ich mir eher vorstellen, dass sie sich irgendwie noch so halb glücklich, halb mit Können durchrumpeln. Und ansonsten, was ich auch wieder einführen würde als Fitnesstraining, wie damals Helmut Schön, der hat die ganze Mannschaft beim Umzug helfen lassen. Ehrlich? Als Training. Nice. Und was machen wir heute? Ja, jetzt werden wir beim Umzug. Was? Beckenbauer, Müller, an den Schrank. Ja, heute Senegal-Kolumbien. Und Japan-Polen spielt noch. Und nicht in 10 Minuten, sondern heute um 8 Uhr. Also um 20 Uhr spielt England-Bergin. Und Panama-Tunesien. Bei Panama-Tunesien geht es um die goldene Ananas. Ich mag Pano sehen. Wann spielt der Dänemark? Hab ich das nicht gerade gesagt? Nee. Wann Dänemark spielt? Ja. Hä? Das haben die nicht schon gespielt? Vielleicht haben die auch schon gespielt. So. Die haben doch schon gespielt. Unentschieden gegen Frankreich. Und zwar Dienstag haben die gespielt. Dann spielen sie nochmal nämlich jetzt. Nee. Nee, dann sind sie ja. Dann gehen sie weiter und spielen dann gegen Kroatien im Achtelfinale. Hast du schon geschaut. Der Spanier spielt gegen den Russen. Am Sonntag. Im Achtelfinale, genau. Und Frankreich gegen den Argentinier. Und Uruguay spielt gegen Portugal. Brasilien, Mexiko und Schweden, Schweiz. Was sagst du denn Frankreich, Argentinien? Ja, wir tippen jetzt wieder alles durch mit unserer üblichen Präzision. Frankreich 2-1. Ich wäre auch für Frankreich. Also ich sage jetzt nur, für welche Mannschaft ich wäre. Ich habe ja keinen Plan. Uruguay, Portugal? Uruguay 1-0. Ah, das finde ich schön. Spanien, Russland? Wunschergebnisse. Spanien 8-0. Also ich fände es geil, wenn Russland auf jeden Fall irgendwie was reißt, wenn nicht sogar gewinnt. Kroatien, Dänemark? Ah, schwierig. Aber ich glaube 2-0 Kroatien. Das finde ich auch schwierig. Da weiß ich gar nicht, für wen ich sein soll. Ich glaube, Kroatien hat es einfach deutlich besser gemacht. Also ist ein bisschen souveräner einfach durch. Brasilien, Mexiko? Da wäre ich glaube ich für Brasilien. Ja, ich bin... Also Mexiko, die jetzt ohne Not 3-0 gegen Schweden verloren haben. Ja, ich denke auch Brasilien wird es irgendwie gewinnen. Wahrscheinlich nicht schön, aber... Und Schweden-Schweiz? Ich glaube, 2 Tore von Shaqiri, dem Hulk, im Schweizer Kostüm. Hubschwitz! Also Shaqiri, wenn er den mal... Der hat so einen Block als Oberkörper. Ja, aber die Schultermuskeln, die waren nicht so dick. Die waren schon drahtig. Ist denn hier los? Ja, aber der hat ein ziemlich gut ausgebildetes Trapez. Also das ist ein bisschen wie so ein Nackenspoiler. Findest du schön, ne? Ja, schon ganz gut. Ja, und dann die anderen Spiele sind in England, Belgien und... Die anderen Spiele wissen wir ja noch nicht. Die anderen 8-4-4-4-Spiele. Ja, naja, wir können ja... Die, die heute passieren? Ja. Achso. Ich weiß gar nicht, wer in der anderen Gruppe vorne ist. Also die England und Belgien spielen ja definitiv. Sie sind an einem der Spiele beteiligt. Und in der anderen Gruppe sind es Japan, Senegal... Senegal, Kolumbien? Kolumbien hat noch eine Chance. Also du bist für Kolumbien. Senegal, Kolumbien? Nee, Senegal, Japan. Sorry. Nein, ich meine, wie Senegal, Kolumbien spielt, wer da gewinnt. Senegal. Wahrscheinlich gewinnt aber Kolumbien. Und Japan, Polen, sagst du Japan. Ja, für Polen geht es ja um nichts mehr. In England, Belgien hast du gesagt, weißt du nicht. Ja, doch, ich denke, England gewinnt das. Aber knapp 1-0. Also B-Win steht 3,40 Belgien und 2,55 England. Nice. Da würde ich sagen, setzen wir noch das Geld, was wir mit dem Bitcoin gewonnen haben. Panama, Tunesien? Uh. Schwierige Partie. Man nennt es ja auch den Klassiker. 4,50 für Panama, 1,87 Tunesien. Außenseiter-Sieg, Panama, schießen jetzt zweites Tor, drehen völlig durch. Ich wollte gerade sagen, dann ist aber Alarm. Da müssen wir in einer panaminesischen Kneipe, muss ich vorhin rumlungern. Ja, da unten, das kann ich dir sagen, dann ist Mike Pence aber nicht so gut drauf, wie bei seiner letzten Rede. Er ist in Brasilien gerade oder war in Brasilien in den letzten Tagen, hat sofort gesagt, hier, wenn ihr nach Amerika kommen wollt, lasst es. Bleibt in eurem Land und baut euch da ein Leben auf. Ist der nicht gerade am Feiern, weil irgendwie einer aus dem Supreme Court, der Demokrat, dieser 86 Jahre alte Demokrat, der gerade rausgeht? Muss man aber auch fairerweise sagen, es ist ein super System, wenn die Regierung die Verfassungsrichter benennt. Ja. Da kann nichts schief gehen. Und jetzt ist es halt so, dass der nächste von denen genannt wird und mit Sicherheit dann halt einfach konservativer wird. Ja, vor allem dann haben sie ja eine 6-3-Mehrheit. Und das, den sie jetzt ernennen, ist auch der entscheidende, mit der entscheidenden Stimme. Na, den hatten sie ja eigentlich schon benannt. Na, aber der jetzt geht, hat ja die entscheidende Stimme. Ja, ja, genau. Und deswegen können sie jetzt einen neuen... Ja, genau, aber sie hatten, davor haben sie es ja schon so manipuliert, dass ein eher demokratennah gegangen ist. Okay. Sie das ewig unter Obama unbesetzt gelassen haben, obwohl er jemanden benannt hat, den sie eigentlich hätten benennen müssen. Sie haben das aber so lange vertagt, bis Trump Präsident war. Dann haben sie jetzt schon einen Konservativen nachgeschoben, jetzt können sie den nächsten Konservativen nachschieben. Wie gesagt, super System, wenn die Regierung die Verfassungsrichter benennt. Da kann nichts schief gehen, außer du hast eine richtig korrupte Scheißregierung. Pence hätte fast seinen Kopfkissenbezug angezündet vor Freude. Also die Rechte der Frauen und homosexuellen Pro wird jetzt gerade schön wieder ins 17. Jahrhundert gedrückt. Ja, Pence hat sich dann doch dazu entschlossen, seinen Kopfkissenbezug aufzusetzen. Ja. Und aus weißem Pferd zu steigen. Ja. Alter Finne, ey. Ja, ne. Liebliger Scheiß. Ach gut. Aber die USA sind ja auch nicht dabei bei WM. Genau deswegen. Ja. Aber war nicht Klinsmann mal der Trainer USAs? Ja. Ist noch? Ja. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke eigentlich schon eine längere Zeit nicht. Was ich total interessant finde, weil so viele Spieler in der deutschen Bundesliga spielen, ist immer egal welches Land gerade gespielt hat und drei Minuten danach dann halt diese Kommentatoren bzw. Quatsch, diese Reporterwand darunter gerissen wird und irgendwie ein Spieler aus einem anderen Land davor gezogen wird. Ja, stimmt. Der Kommentator oder der Moderator spricht mit denen auf Deutsch. Und du hast halt einen, jemanden, sie spielen ja selber in Hamburg oder in Düsseldorf und so was. Du denkst, krass, so weil alles für uns Einsprachen sehr, sehr vorteilhaft. Das kannst du ja schon vorher raussuchen, ja. Ja, klar suchen sie. Ich glaube, ja. Das sind immer die Bundesligaspieler raus für das Gespräch oder meistens, wenn es passt. Aber auch viele Trainer. Das ist auch krass. Also es muss irgendwie, ist wahrscheinlich so, ist immer in der Fußballwelt, ist Deutsch wahrscheinlich die Lingua Franca irgendwie. Ah ja, genau. Und das würde ich auch noch einführen, damit hier nicht wieder so Diskussionen aufkommen. Diese ganzen Diskussionen unter unseren Videos und sowas. Ich glaube, ich lösche die auch mal. Ich sperre die fürs nächste Video. Das nervt auch. Wir können nicht alle Kommentare lesen. Wir versuchen es, aber nicht alle. Wenn sich Fußballspieler mit Erdogan treffen, deswegen sage ich gleich, nö, ihr müsst euch alle mit Kim Jong-un treffen. Ja. Also das wird dann zur Pflicht. Dann müsst ihr ihm auch dann ein Trikot überreichen, ein deutsches Trikot, wo dann steht großer Führer. Ja. Eins. Und Trump. Ja. Ganz klar. Kim Jong-un, Trump, Putin. Genau, so eine Kombi, dass Kim Jong-un auf den Schultern von Trump steht und Trump den Schlitten von Putin zieht. So ein Bild vielleicht. Das wäre ein ganz schönes Bild. Ja, das wäre erst geklärt. Und dann wird Deutschland auch Weltmeister in Katar. Wo? Um mal wieder zu einwandfeinen Demokratien zurückzukommen. Ich habe keine Sklavenarbeiter hier gesehen auf dem Weg ins Fünf-Sterne-Hotel. Sorry. Ja, jetzt hat auch keiner einen Hilferuf in meine H&M-Kleidung eingenäht. Ja. Also, spannt eure Selbstmordnetze woanders auf. Zum Beispiel auf fürnüssepod.com. Ja. Oder schickt uns den Bauplan als Kommentar unter einem Video bei fürnüsse, für Türk und Klaus. Oder schreibt uns direkt an auf Twitter an atfünf-Sterne-Sterne-Hotel. Genau. Auf dem Klo. Ihr Nüsschen. Habt eine gute Woche. Kommt gut durch diese komische Hitze. Die ist echt pervers. Diese, was ich schön finde, alle drei Tage zehn Grad Unterschiede. Das macht Spaß beim Training. Ja. Das ist toll. Ja. Man weiß auch morgens nicht, was man anziehen soll. Ha! Was soll ich heute anziehen? Was ziehe ich an? Was koche ich meinem Mann? Ja. Naja. So ist es. Könntest du zum Abschluss nochmal eine Vuvuzela emittieren? Aber sicher doch. Warte. Gibst du mir einen Moment? Ja. Okay. Ich kann noch eins zählen. Ja, bitte. Eins. Zwei. Und bitte. Bitte.